Hi Leute, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, geht doch gerne in Fortnite in den Itemshop und gebt unten bei Unterstützt ein Creator den Creator Code MeinungenTV ein. Das würde nicht nur mich sehr unterstützen, sondern auch meine Arbeit finanzieren. Das heißt, ich kann mehr Zeit in Videos für euch stecken. Jetzt viel Spaß beim Video. Hi Leute von YouTube, was geht ab? Willkommen zurück bei einer Runde Fortnite. Lass heute mal eine kleine Challenge machen und zwar nur... Waffen aus dem Götter-Update. Ja. Da gehen wir mal ein bisschen hier hin, das passt zum Götter-Update. Wir nehmen heute nur Waffen aus dem Götter-Update. Überlege ab, welche das waren. Das waren die Kriegsschmiedensachen. Ich glaube, das war es schon, oder? Die sind alle Kriegsschmiede, oder? Ich erkenne sie auf jeden Fall am Look. Das ist die Challenge, mit der haben wir heute Spaß. Oh, hier ist ein Gleiter in der Nähe. Dann lande ich lieber irgendwo weiter oben. Kommt, Papa Baby. Hier ist eine schöne Truhe für mich. Geht mir was Gutes. Trommelgewehr Eisenkrieger. Ja, das ist... Eisenkrieger klingt nach Upgrade. Vorwärter-Schrotflint ist auf jeden Fall zu diesem Update. Sehr schön. Ich glaube, das Ding auch. Komm rein, Sasser. Das ist hier keine Waffe. Ups, da bin ich ein bisschen rumgeglitscht. Was haben wir hier? Ah, das ist Avatar-Update. Scheiße. Naja. Hier scheint kein Gegner zu sein. Zumindest macht gerade den Boss niemand. Heißt, vielleicht können wir direkt von dem gleich eine richtige Waffe... Verbotene Maschinenpistole. Wie versprechend. Wenn wir das Sturmgewehr, können wir nicht nehmen. Bist du Jäger, dem... Ja, war bei dem Götter-Update, oder? Ja. Hier, komm, holen wir ihn uns. Wo sind die Wauwaus? Schön, gib mir Muni. Wo ist er? Da. Gib mir Muni. Wo sind die Letzten? Drauf. Drauf und drauf. Dann nach. Na komm, wo ist der Boss? Das ist nicht hart. Das wissen Sie aber überhaupt noch mal. Alter. Relax. Relax, relax. Relax, habe ich gesagt. Hätte ich den Trank vorher nehmen sollen. Ich muss noch kurz nachladen. Wow, wow, weg. Wow, wow, weg. Okay, wo ist er? Cerberus, wo bist du? Ich lade jetzt mal in Ruhe nach. Gute Frage, wo ist er wirklich hin? Ah, da hinten. Ja klar, der kann sich teleportieren. Warum auch nicht? Oh geil, gibt da ein geiles Schrotbänder her, Baby. Das nehme ich mit. Kommt, deine Münze nehmen wir auch mit. Geiles Zeug. Da schießt der. Da hinten. Wo ist er? Da. Fuck. Ey, aber wir haben immerhin Zerbo. Ne, Zerbo ist ja nicht. Scheiße, wir haben den auf jeden Fall gemacht. War eine geile Runde, lasst kein Like und ein Abo da. Kurz, aber knackig. Wir haben NPC besiegt.